Ich weiss, was ihr jetzt denkt. Ihr denkt... Wow! Der Mann trägt seinen Schnauz mit einer unglaublichen Selbstsicherheit. Ich bin selbstsicher. Selbstsicherheit ist am neuen Rico sein Ding. Der neue Rico, selbstsicher, souverän, supercool. Das war aber nicht immer so. Der alte Rico, der schlechte Rico, der Rico, der sich beim SRF für einen Job beworben hat nach seinem Schurni-Studium und eine Absage bekommen hat. Zweimal. Der war nicht selbstsicher. Und wo zeigt sich Selbstsicherheit oder nicht? Auf dem öffentlichen WC. Wenn der alte Rico aufs öffentliche WC ist, dann hat er sich zuerst überlegt, solle ich nicht vielleicht doch lieber nach Hause reisen. Er ist dann aber aufs öffentliche WC und mit gesenktem Blick ganz ganz hinteren gelaufen und auf die allerhinterste Kabine. Er ist abgesessen und hat dann 17 Minuten einfach nur gelauscht. Er hat versucht, die Türschrittsanalyse durchzuführen, um herauszufinden, wie viele Menschen sich noch auf dem WC befinden und gibt es dann vielleicht doch noch einen Moment, wo er alleine ist und endlich kann loslassen. Du bist nicht allein. Zumindest nicht auf dem öffentlichen WC. Er hat sich gesagt, reiss dich zusammen jetzt. Reiss dich zusammen jetzt. Das ist ganz natürlich. Und in diesem Moment sieht er den riesigen Spalt zwischen WC-Boden und Türanfang und er merkt, all seine Geräusche und Gerüche werden sein Kabinchen verlassen. Und inmitten von stolzen Mannenführern hat er es nicht fertig gebracht, seine Scham zu überwinden und sich zu erleichtern. Als noch viel brüchnerer Mann als sowieso schon vorher und noch mit viel gesenkterem Blick hat er das WC verlassen. Bauchweh hatte er. Es war so der Moment, er ist dann nach Hause und er hat sich gesagt, so nicht mehr. Er hat sich seine Schnauze wachsen lassen und der neue Rico ist geboren. Der neue Rico, selbstsicher, souverän, supercool. Wenn ich heute auf das WC gehe, auf dem Weg hierher, bin ich auf das öffentliche WC. Ich habe die Türen aufgemacht und alle Anwesenden mit einem guten Morgen begrüsst. Ich bin in die erste, beste Kabine. Ich bin abgesessen. Ich sehe den riesigen Spalt und lächle überlegen. Und dann... habe ich einen Gacki gemacht. Ich habe ein souveränes Geschäft abgeschlossen. Ich bin aus meiner Kabine raus und habe direkt aktiv den Augenkontakt mit allen Anwesenden gesucht. Sobald jemand zurückgeschaut hat, habe ich bestimmt genickt. Ich bin zum Brunneli an meine Hände gewaschen. Dann einfach nur so ganz cool und kurz abgeschüttelt. Nachher bin ich zu den Türen dort aber noch mal stehen geblieben. Dann habe ich gesagt... Hey! Schönen zusammen! Das ist der neue Rico. Mittlerweile, der neue Rico will nicht mehr beim SRF arbeiten. Sind wir ehrlich, für eine Person wie mich, was gibt es da beim Öffentlich-Rechtlichen zu holen? Aber jetzt trotzdem, weil das SRF mich ja damals gekränkt hat, möchte ich trotzdem noch mein Arbeitszeugnis vorlesen, um dem SRF zu zeigen, das habt ihr verpasst so. Und ich meine... Jetzt, wo der Nick Hartmann bald weg ist, könnte das SRF ja einen guten neuen Charme-Bolzen brauchen. Es sind noch ein paar Auszüge. Dieses Zeugnis ist unkodiert. Der Verlust von Herr Godola hat das Unternehmen schwer getroffen. Als die Hiobsbotschaft seines Abgangs die Runde machte, kündigten auf der Stelle 24 weitere Mitarbeitende. Herr Godola war unser unangefochtener Käpt'n und steuerte unser Schiff durch die Wirtschaftskrise 08. Herr Godola riecht gut. Als in einem von unseren Produkten Pferde anstatt Rindfleisch gefunden wurde, übernahm Herr Godola die Krisenkommunikation. Mit der Botschaft, Pferde sind doch toll, wendete er nicht nur die sich anbahnende Krise ab, er entwickelte eine neue Produktgruppe mit dem Slogan Horse of Course. Doch auch menschlich auf sozialer Ebene ist Herr Godola makellos. Mit Guten Morgen begrüsste er jeden Tag die Mitarbeitenden. Dies ist an sich nichts Besonderes. Auch andere sagen Guten Morgen. Doch Herr Godolas Guten Morgen war anders. Herr Godolas Guten Morgen füllt den Raum mit Wärme. Und wenn Herr Godola einen Guten Morgen wünschte, wurde es auch wirklich ein guter Morgen. Herr Godola wickelt Geschäfte stets souverän ab. Er trägt seinen Schnauz mit einer imponierenden Selbstsicherheit. Herr Godola selbstsicher, souverän, supercool. Brust vor Kürbisch cholesterol. Um das zufrieden, sehr gut zufrieden. Sobrehead ist er���nelle. Dann stets ein progen von dem Slogan. Schnaubert in den Luftschirten. Sobrehead ist er in der Luftschirten. Vielen Dank.